Aber wie soll ich anfangen? Mit welchen Worten? Fang doch einfach an mit den Worten, es war Sommer. Aber woher weiß ich genau, ob es wirklich Sommer war? Dann fang einfach so an, es war sehr schönes Wetter, die Luft roch nach Akazien, der Wind raschelte leise im Gras, in den Blättern der Bäume und in dem Schilf, von welchem sich die Libellen immer wieder erhoben, um sich gleich wieder zu setzen. Dutzende Grashüpfer zirpten im Gras, und jeder der Grashüpfer trug auf seiner Geige seinen Teil zur gesamten Komposition bei. Die Sonne spiegelte sich im Wasser, und ihre Blicke lächelten mich wie Sterne aus dem grünen Wasser an. Der Kuckuck sang sein Kuckuck, und ich saß schon im Boot. Der Fluss trieb mich voran, und du standest noch am Ufer. Wie heißt denn dieser Fluss? Der Fluss heißt So und So. Es ist ein breiter, grüner Strich, der unsere Stadt von Ost nach West teilt. »Und dann?« Dann ließ ich die Ruder fallen und fragte den Kuckuck, »Kuckuck, wie lange habe ich noch zu leben?«, worauf mir der Kuckuck viele Jahre Leben versprach. »Doch ich habe ihm nicht geglaubt, denn ich wusste, dass ich schon sehr bald sterben würde, wenn ich nicht schon gestorben bin oder gerade dabei war zu sterben.« Und was geschah weiter? Ich ließ also die Ruder fallen, und so, als ob ich die mir gebliebenen Jahre zählen würde, stellte ich mir ein paar Fragen. »Wer bin ich?« »Wie alt bin ich?« »Wie ist mein Name?« »Was ist das für ein Tag und welchen Jahres?« »Wem gehört das Boot, in dem ich treibe?« »Und wohin treibt es mich?« Doch dann geschah etwas mit mir, in mir drin, im Herzen oder im Kopf, als ob jemand mich ausgeschaltet hätte, als ob ich verschwunden wäre, und ich bin verschwunden. Doch daran wollte ich nicht glauben. Ich sagte zu mir, »Es stimmt nicht. Du bist einfach müde. Also rudere zum Ufer zurück, dahin, wo du noch vor wenigen Augenblicken gestanden hast.« »Wieso hast du nicht die Ruder genommen und bist zu mir, der ich am Ufer stand, zurückgerudert?« Ich nahm die Ruder, doch meine Hände hielten sie nicht. Das Holz der Ruder zerfiel wie Sand zwischen meinen Händen und meinen Fingern. Nein, umgekehrt. Meine Hände flossen das Holz entlang, wie das Wasser die Ruder umfloss. Irgendwann wurde das Boot ans Ufer getrieben. Ich stieg aus und ging ein paar Schritte auf dem Sand entlang. Dann drehte ich mich um und fand auf dem Sand nichts, was meinen Fußspuren ähnlich sah. Aber ich wollte es nicht wahrhaben und wer weiß es auch so genau. Erstens hätte es genauso gut ein Traum sein können. Zweitens kann es auch sein, dass der Sand hier sehr dicht ist und weil ich nur so und so viel Kilogramm wiege, sind keine Spuren zurückgeblieben. Drittens hätte es auch sein können, dass ich das Boot noch gar nicht verlassen habe, dass ich noch drinnen sitze und deswegen keine Spuren hinterlassen konnte, da wo ich noch nicht war. Dann schaute ich mich um und sah, wie wunderschön unser Fluss ist, was für fabelhafte, wunderbare Bäume und Blumen am Ufer wachsen, wie sie duften. Dann sagte ich zu mir, du bist ein armseliger, verlogener Feigling. Du hast dich erschrocken, weil du verschwunden bist und willst dich jetzt selber belügen. Deswegen denkst du dir die schwachsinnigen Theorien aus, nur um nicht der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Das, was damals mit dir geschah, war kein Traum. Und weiter, wenn du auch nicht so und so viel, sondern hundertmal weniger wiegen würdest, sogar dann würden deine Spuren im Sand zurückbleiben. Aber jetzt wiegst du gar nichts, kein einziges Gramm, denn dich gibt es hier nicht. Du bist einfach verschwunden, und wenn du es nicht glauben willst, dann vergewissere dich selbst. Schau noch einmal zurück ins Boot, und du wirst sehen, im Boot bist du auch nicht. Ja, das stimmt, da bin ich nicht, antwortete ich dem anderen Ich. Obwohl der Doktor so und so mir immer zu erklären versucht, dass es kein anderes Ich gibt, außer dem, das vor ihm sitzt, gibt es für mich keine plausiblen Gründe, aus welchen ich ihm Glauben schenken sollte. Ja, das stimmt, da bin ich nicht. Im Boot liegt nämlich eine blaue Seerose. Nein, schau genauer hin, sie ist nicht blau, sie ist weiß. Weiß wie das unberührte Blatt Papier, wie die Gewissheit der nicht erfüllten Träume, wie deine und meine Haut, aber auch wie Krokodilstränen, wie das Vergessen, das Verblassen der Fotoabzüge, weiß wie der Schnee, der nachts fällt, bevor er sich tagsüber zum grauen Matsch verwandelt. Weiß wie die Farbe des Todes, aber auch die des Friedens und der Vereinigung, der Reinheit und der Unschuld. Nein, sie ist blau, und ich habe sie gepflückt, da am südlichen Ufer, wo sehr viele solcher blauen Seerosen und gelbe Wasserlilien blühen. Es gibt da so viele, dass man sie gar nicht anfassen, sondern in dem Boot sitzen und sie nur anschauen möchte. Jeder Einzelne und alle zusammen, sie sind wunderschön. Man kann dort kleine Grüne Libellen sehen, die auf Latein so und so heißen und die auf den Schilfblättern sitzen und sich ausruhen. Keine Seltenheit sind auch die Wasserkäfer, die schnell auf ihren Schlittschuhen übers Wasser gleiten. Ich wollte dich längst fragen, wie heißen sie? Sie heißen so und so. Außerdem sind da viele Möwen. Sie verstecken ihre Nester zwischen den Trauerweiden. Kannst du dich erinnern, wie wir ihre Nester gesucht haben? Ja, aber wir haben keins gefunden. Wir wissen noch nicht einmal, wie ein Möwen-Nest aussieht. Nein, das wissen wir nicht. Dafür wissen wir aber, wie eine Möwe die Fische fängt. Der Vogel fliegt ziemlich hoch über dem Wasser und schaut nach unten in die Tiefe, nach den Fischen. Die Möwe sieht den Fisch gut, der Fisch aber nicht die Möwe. Er sieht nur Mücken, kleine Fliegen oder andere Insekten, von denen er sich ernährt, welche nah an der Wasseroberfläche fliegen, weil sie vom süßen Nektar der Seerosen naschen. Von Zeit zu Zeit springt er aus dem Wasser, um nach einem Insekt zu schnappen. In diesem Moment zieht der Vogel die Flügel an und stürzt sich nach unten. Mit seinem Schnabel fängt er den Fisch und bringt ihn in sein Nest, welches zwischen den Trauerweiden versteckt ist, ins Möwen-Nest. Doch manchmal gelingt es der Möwe nicht, einen Fisch zu fangen und ihn aus dem Wasser zu ziehen. Dann begibt sich der Vogel wieder in die Höhe und setzt den Flug weiterhin ins Wasser schauend fort. Im Wasser sieht der Vogel nun den Fisch und auch die eigene Spiegelung. Es ist eine andere Möwe, denkt dann die Möwe. Eine, die mir sehr ähnlich sieht, aber eine andere. Sie lebt auf der anderen Seite des Flusses und fliegt auf die Jagd, immer wenn ich auch jagen fliege. Sie mag den Fisch wohl auch so gern wie ich und ihr Nest hat sie direkt unter meinem gebaut. Sie ist eine gute Möwe, denkt sich die Möwe. Ja, Möwen, Fische, Libellen, Wasserkäfer und vieles mehr gibt es am südlichen Ufer, da wo ich die blaue Seerose gepflückt habe, die jetzt verwelkt im Boot liegt. Und sie ist doch weiß. Und hier wird die Möwe sehr bis dahin, ich bin! Schausisch deutsch! Und hier wird es auch viel einfache.